moin leute was geht willkommen zu einem neuen video heute geht es um das riesen stinktier dem giant skunk brachy brotoma obtusata the living ghast chamber und es geht ja um die das voting zu the center for arc survival ascended ja in den letzten kommentaren gab es mal eins was kommentiert worden ist mit machte heute was zum stinktier und ich habe gedacht komm gucken wir an und ich muss ehrlich gestehen ist ja nicht ganz geil ich würde zwar irgendwo lieber gerne wasser kreatur haben aber ich finde das stinktier wäre eigentlich gar nicht so verkehrt weil es hat einen recht coolen effekt über mehrere sachen ich habe mir das alles mal hier aufgeschrieben nebenbei machen wir das mal ganz kurz nochmal auf und dann gucken uns das ganze noch mal an so also natürlich leute ist der fokus des stinktiers auf dem stinken ja also auf dem gas ihr könnt wenn ihr den sattel mit dem sattel also wenn ihr generell sattel drauf habt dann könnt ihr einen mörser und stößel benutzen und ihr bekommt sechs neue dränke und diese dränke sind auch automatisch gleich auch die gaswolken also ihr könnt jeweils diesen effekt den es als gaswolke gibt auch im sattel als wurftrank craften und den den gleichen effekt per wurf wohin aktivieren ja also werfen das werfende gasbomben so gesehen ja also eigentlich keine tränke als eher gasbomben so und es gibt sechs verschiedene effekte und die effekte hängen davon ab was der stinktier so gesehen frisst und was ihm halt gibt und das ist halt hier ich gebe euch mal ganz kurz durch die ganzen bären narko bären stim bären tinto bären nama bären mediu bären nazu bären das sind im endeffekt die sechs bären die jeweils einen anderen effekt haben so gehen wir mal durch natürlich der ich sag jetzt mal ja was man sich schon denken kann mit narko bären nutzt ihr narko bären und die macht eine rauchwolke also eure giftwolke hinter euch her und kreatur laufen durch bauen sie betäubung auf und ich glaube ganz ehrlich mit an der mischung aus anderen tränken können wir eine geile neue taming methode bekommen weil wiederum erstens könnte man das wenn man ja den wurftrank damit oder die wurf gasbombe damit craften kann ich sag mal beispiel gegner also wenn ihr sie in tame boxen einbaut oder sie irgendwo an klippen stehen einfach abwerfen und dann die betäubung aufbauen was wahrscheinlich angenehmer ist als immer munition zu craften könnte ich mir sehr gut vorstellen die kosten dafür ungefähr gleich wie wenn ihr narkosemittel macht also ihr braucht narko bären und halt auch verdorbenes fleisch aber nebenbei vielleicht verdirbt in seinem inventar auf jeden fall schneller das heißt ihr kommt auch an gute mengen verdorbenes fleisch dran so dann haben wir die zweite variante die stim bären das ist wiederum einmal das gegenteil mit stim bären könnte sachen oder kreaturen und spieler aufwachen lassen also auch nebenbei natürlich kann man die narko bären auch für pvp wahrscheinlich gut nutzen um damit den basen reinzuwerfen um vielleicht spiele irgendwie benommen zu machen das könnte eine ganz andere art von weiß ich nicht eventuell müssen wir als pvp reinschreiben ob sowas das pvp verändern könnte auf jeden fall die stim bären um mal kreaturen aufwachen zu lassen könnte ganz geil sein wie oft hat man mal beim betäuben noch mal drauf geschossen die effizienz verkackt und man will ihn aufwachen lassen zack einfach ein paar stim bären bomben werfen oder halt mit dem stinktier ein bisschen gas wolken machen und lasst die kreatur aufwachen das dritte ist die tintobären tintobären ist für schaden gedacht das heißt es hat so einen ähnlichen damage wird geschrieben wie ertrinken wenn man also keinen sauerstoff mehr hat und dann halt relativ guten schaden bekommt dass man da eine welle hinter sich macht und alles was da drin steht bekommt halt damage könnte ganz gut sein wenn man einfach ein paar gegner blatt machen will oder auch für pvp zum beispiel als bombe in die gegnerische base zu werfen um einfach den gegner auszuräuchern die armabären also die gelben die geben euch einen 30 prozent verlangsamungs boost auf dem gegner das heißt er wird 30 prozent langsamer und er macht 15 prozent weniger schaden während er in der wolke ist und halt den effekt dieser wolke hat und ich glaube auch das könnte in mehreren situationen ganz geil sein für boss kämpfe zum beispiel wenn der wenn man den giant also hier unseren stinktier nicht mitnimmt aber zumindest vielleicht die tränke von ihm aber vielleicht auch eher selber besser aber man kann halt währenddessen die sachen einsetzen plus auch allgemein vielleicht für pvp um gegner zu verlangsamen aber auch vielleicht für pve wenn jetzt zum beispiel irgendwas open field tame wollt also ohne tame box vielleicht einfach auf den gegner werfen dann wird der langsamer zum beispiel auch nicht verkehrt die nächsten sind die meteobären die meteobären könnte ich mir vorstellen können zum tamen ganz geil denn sie der meteobären rauch oder auch die gasbombe so gesehen locken kreaturen an und das könnte ich mir gut vorstellen wenn ihr zum beispiel alles in einer gegend platt macht außer vielleicht eine kreatur die ihr zähmen wollt und ihr bekommt sie irgendwie nicht in eine tame box rein dann werft ihr oder ihr macht eine bärenfalle und werft einfach auf die bärenfalle so gesehen einfach diese meteobären bombe oder halt auch den stinktier rauch und dann läuft die kreatur halt dahin könnte ganz cool sein könnte aber auch interessant sein für pvp wiederum es zieht ja alle kreaturen an wenn ihr das irgendwo in der base von dem gegner rein werft dann kommt alles da steht auch dass zum beispiel dodos und so kommen also alles was in der gegend ist kommt also könnte man auch vielleicht nutzen um in pvp ein bisschen schabernack mit dem gegner zu treiben und dann haben wir noch die azurbeere die azurbeere ist einfach einmal das gegenteil zur mediobäre denn es lässt euch aggro so gesehen loswerden das heißt wenn ihr euch beispielsweise ein giga verfolgt und ihr werft die azurbeere bombe hinter euch oder ihr tut mit dem stinktier die den rauch erzeugen dann wird die aggro so gesehen weg und der greift euch halt nicht an ja also damit kann man ein bisschen das ganze kontern das heißt auch im endeffekt für pvp wäre immer zu allem im gegensatz da das heißt jemand wirft narkobärenbomben bei euch in die base ihr könnt stimmbärenbomben werfen jemand wirft bei euch metubärenbomben in die base ihr könnt im endeffekt azurbeerenbomben werfen das heißt es gibt auch immer irgendwo einen konter gegen den vorregeneffekt um das ganze auszugleichen man kann auch im endeffekt eine gasmaske tragen wird man von dem effekt nicht getroffen es gibt auch einen drang im prinzip wenn eine wenn ein stinktier trächtig ist also ein weibchen dann produziert es so eine milch und wenn man die trinkt ist man auch immun gegen die geruchsattacken die ganzen stinkbomben oder effekte besser gesagt dann wie gesagt hat es eine gewichtsreduzierung das ist mittel groß vom schaden her einigermaßen okay also jetzt kein kein kampftier im normalen sinne also man geht jetzt damit nicht hin und tut jetzt irgendwie ja keine ahnung rechseblatt machen er lebt auf jeden fall im rand vom red wird wird hier geschrieben in richtung schneegebiet ja also ich sag mal so leute ich finde im großen und ganzen das stinktier eigentlich cool ich finde die effekte nice aber ich finde fast die dränke geil bin ich ehrlich und ich bin mir nicht sicher ob es cool wäre das stinktier nur reinzubringen um diese art dränke reinzubringen ich glaube lieber dass ich vielleicht einen modder dran setzen kann und sowas nachträglich als kleine mod reinzupacken wurftränke wurfbomben das würde ich fast cooler finden als das stinktier selber ich meine das ist ein cooler gedanke aber ich weiß nicht ob mich das so ob mich das wieder so nerven würde immer mit dem stinktier das zu machen weil abgesehen von der damage reduzierung für boss kämpfe was sehr nice wäre alle kreaturen anlocken mit einem stinktier wie machst du das musst du irgendwie eine tame box bauen wenn du es zum tame benutzen willst sonst ist es nur für pvp gedacht aggro verlieren ja ist cool mit dem stinktier ist die frage warum soll ich also was mache ich um aggro zu verlieren äh sonst wären wie gesagt wieder nur die wurftränke gut ähm was haben wir dann noch gehabt eben gerade äh es hat fast wieder vergessen seht ihr mal es ist schon fast wieder untergegangen wir haben mittlerweile aber auch 4 uhr nachts ne aber der rest ehrlich gesagt achso ja und das betäuben das betäuben wäre vielleicht ganz geil aber auch da sehe ich es eher ohne den dino dass man sagt man hat ja zum beispiel einen rex in der tame box man muss einfach nur die bomben reinwerfen würde ich cooler finden als das mit meinem stinktier hinstellen muss und muss im effekt diese gasbobben einsetzen weil wir müssen eine sache von ausgehen es kann sein dass arg asa also arg extended ein ticken realistischer ist was physik angehen aktuell im normalen arg wäre es so dass wahrscheinlich wenn du den rauch vor eine tür setzt der rauch einfach durchgeht die frage ist wird das in asa immer noch so sein oder ist dann so wenn ihr eine geschlossene eine geschlossene tame box baut und ihr macht den rauch davor dass die da gar nicht reingehen weil dann müsste man da in der box sein und das wiederum würde eher mit werfen nur funktionieren deswegen ich bin mir nicht so vielleicht durch fenster eventuell vielleicht aber ich bin mir nicht sicher ob mir die effekte so geil gefallen als stinktier ihr wisst ihr was ich meine so dann würde ich mal sagen leute schreibt mir mal eure meinung zum stinktier die kommentare ich sage vielen dank fürs zuschauen euch schon schönen tag bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten mal